Endlich ist es soweit. Sie haben gewählt. Aus über 300 Einsendungen haben wir die besten 20 Bewerber zur Abstimmung gestellt. Hier sind ihre Kandidaten für das große Büttenwader-Casting. Im Finale sind Wenke und Zora. Wenke sagt, in Büttenwader fehlen die Kühe. Wir sagen, bei uns fehlt auch eine Wenke. Auch dabei die 3 Derns. Büttenwader, Heimatland. Ist das vielleicht die neue Hymne für Büttenwader? Gleich noch mal Musik, diesmal mit der Innsbringer. Jaja, die Güllezeit. Die ist wirklich so schön. Hoffentlich riecht er nicht so wie er singt. Psst, jetzt kommt Opa Anton. Achtung! Komm schnell! Telefon! Die NDR ist dran! Genau, denn auch du bist im Finale und du hast große Pläne. Wir freuen uns schon wahnsinnig auf deine Biogasanlage. Und Büttenwader Next Generation. Ziemlich verrückter Name, aber das ist die wohl mit Abstand verrückteste Idee. Respekt Jungs! Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten. Sie müssen jetzt im Casting gegeneinander antreten und beweisen, dass sie für Büttenwader geeignet sind. Vielen Dank an alle Bewerber. Wir halten Sie auf ndr.de slash büttenwader auf dem Laufenden. Alle Bewerber. Körpersäte, wir halten Sie mit der Gästen. Ansonn Hospital, wir halten Sie auf die Laufenden. Wir halten Sie auf den Büttenwader, Wir halten Sie auf die Laufenden. Vielen Dank.